Also die High-Time können wir doch eigentlich schon mal so einen High-Five machen, oder? Dafür, dass es der erste Auftritt ist. Eigentlich müssten wir ins Publikum gehen und dort die ganzen High-Fives machen. Aber stellvertretend... Ja, Mann! High-Five! High-Five hier, auch hier. High-Five da. Hier, Low-Five, noch eine Low-Five, eine High-Five. Einmal durch die Kante. Martin, du musst weiterspielen. Ich konnte ihn ja nicht vergessen. So, ich glaube, ich noch nicht. Warte, ich hab Knoppen, Martin. Schön, schön, dass du da bist. Das tut mir wurschbar leid. Mit dem Martin hatte ich auch noch nicht. Machen wir das jetzt. Das haben wir sehr, sehr lange geübt und das funktioniert manchmal immer noch nicht. Aber der war... Hallo, Tino, schön, mich zu sehen. Ja, schön, mich zu sehen. Ja. Ja. Joห, ja... Untertitelung des ZDF, 2020